Zer Läger. Zer Läger Murug. Ui, ein nächster Schlesel. Wie viele Herausforderungen? Wie die? Ähm, nur noch 10 mehr ist genug. Wollen wir definitiv keine Sorgen machen. Mah, das ist nicht mehr Ansatzweise. Ich finde es wenigstens leidend, dass es halt immer wieder auch wirklich immer wieder andere Welten sind. Das ist, finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ja, das war halt nicht gut. Der Polydiotrofil Spurwechsel, das war halt immer ein Scheize, der sich bis jetzt macht. Oh, nein, 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 nein. Dann tun wir schon weh, dann den schon wieder zurücksetzen auf komplett, sicher selber. Aber man weiß ja nie, man weiß ja nie. Ja, reingeschissen wir wieder, richtig geil, aber jetzt. Da muss man sich dann relativ schön spielen, da muss man sich so richtig schön spielen. Das ist die ultimative Kraft. Ich spiel mir ein bisschen, ich spiel mir ein bisschen, ich versuch's eh. Oh nein, scheiße, ja ich muss wieder von euch. Wie nütig ich, scheiße. Und tschüss. Da hupen wir ab, dann brauchen wir sie nicht mehr drüber. Interessiert uns der, scheiße, nicht mehr. Ja, wichtig und richtig. Ein paar Münzerle, wichtig und richtig, scheiße. Komplett reingeschissen, aber wurscht. Machen wir schon irgendwie anders. Wichtig und richtig angelehnt. Aha. Oh. 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 Genau dazwischen. Wie kann man nur so viel Pech haben? Genau dazwischen, Digga. Hm. Scheiß mir nur rein. Scheiß mir nur rein, das scheiß Ding. Opa. Fünf. Oh. 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 Ja... Ahaha. Ahaha. Also jetzt wir uns fahren. Ahaha. Ahaha. Aha. Wie viel von den Dingen habe ich? Ich kann nicht mal erst die Elfte oder... Wo ist es? Entweder oder. Entweder... Diese Hunde! Diese Hunde! Entweder oder. Entweder oder, Alter. Die Scheiße, Alter. Ich muss doch schnell gehen. Das ist jetzt noch... Ah, okay. Da hätte ich einfach nur auf L1 machen müssen. Tschüss. Ja, fix. Ich glaube, es ist einmal am Anfang sowieso wichtig, dass man sowieso einmal alles so gut wie es geht mehr macht. Würde ich jetzt einmal sagen. Aus dem Weg! Ja, passt. Das ist jetzt mal das Wichtigste. Und den Rest, den Rest können wir dann im Nachhinein machen. Hätte ich gesagt gehabt. Hauptsache wir haben das einmal geschafft. Ist halt die Frage, ob ich das jedes Mal machen müsste mit den 25. Ja, okay. Ich muss die 25 sammeln plus den S-Rang. Das ist eigentlich wieder was anderes. Wenn man jedes Mal das am Anfang hat. Ist dann scheiße. Flieg! Also flieg! Tun wir! Aus dem Weg! Oh, okay, jetzt habe ich komplett eingeschissen. Achso, weil ich die Dinger nicht abgeschossen habe, hat der das auch unten dann nicht frei gemacht, der Hund. Ja, das ist eine schöne Challenge. Das ist eine schöne Challenge. Das ist eine gute Challenge. Das ist eine schöne Challenge. Rück drauf, Leute, und dieser Scheiß-Hurmsum geht nicht. Ich liebe Stress. Ja, ich kann schon wieder Scheiße gehen, Alter. Wie schön, Digi, wie schön. Ich liebe es. Spiele mit Stress. Das ist Königsdisziplin. Allein schon nach einem wunderschönen, harten Arbeitstag lieben und so etwas. Achso, weil ich schon davor... Achso, ich glaube, weil ich sehe das mal davor. Ich muss erst diese drei Wappler-Meyer machen. Erst diese drei Wappler-Meyer machen und dann... ... ... ... ... ... ... ... Keine Ahnung, was da passiert. Alles klar. Ah, tut mir das. Keine Bewegung. Oh, wahrscheinlich geht's... Nein, geht's hinaus, geht's hinaus, geht's hinaus. Wenn wir jetzt ja nicht einen scherz, geht's jetzt aus. Ja, passt eh. Passt. Habt ihr euch geschafft, Thomas? Boah, wie ich es liebe. Wie ich es liebe, Stress zu haben in Videogames. Jibbi. Oh, schießen und essen. Wääh, Alter. Wääh, liebe Entwickler. Wääh mit euch. Boah, richtig reidig. Richtig reidig. Ringe, oder was? Oh, schau so. Aus. Schaut so aus mit den Ringen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir haben nur den Tod gesehen, höchstpersönlich. Hoppa. Habe ich halt nicht mehr so sicher. Na okay, wieso denn, Digger? Ja, verstehe ich nicht. Überhaupt kein Stress. Überhaupt kein Stress in dem Spiel. Uhu, das war glatt. Aha. Komm mal schon, ober? Zack, zack, zack. Geh mal, geh mal. Hopp, hopp, hopp. Ja, du Hurensohn. Ja, ich hätte es gleich aktivieren sollen. Bin mir zwar jetzt nicht sicher. Manchmal zeigt das an, dass man es aktivieren kann. Oder manchmal will er nicht. Dementsprechend bin ich halt immer so Fragezeichen mäßig unterwegs. Das ist eine Spezialfähigkeit. Hoppa, hoppa. Schön, mit Geduld. Ja. 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 Oh. Ja. Er dreht mir wieder komplett um. Er ist so dermaßen gebetet in der Birn. Ja, jetzt kann ich... Oh, nee, 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 nee. Wehe dir. Wehe dir, Alter. Passt mir nicht reingeschissen, Wabler. Jetzt hätte ich mir ein Flaschen reingeschissen, aber nicht fast. Doch, geht's. Geht, geht's ja aus, geht's ja aus. Passt, bin safe, bin safe, bin safe. Um so ein Schlecken. Egal, hab's auch erst dran. Nein, nein, ich liebe es, Digi. Ich liebe es. Nein, ich mag es wirklich. Es ist auch ein bisschen schön herausfordernd und alles drum und an. Ich mag ja nur alles. Nein, ich liebe es. Also, ich liebe es.